Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 118. Episode von Hoaxler, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mystis Alexa. Hallo alle zusammen. Und ich bin der Hoax-Master Alexander. Wir haben, das kündigen wir einmal ganz schnell vorne ab, noch an, am Samstag, 16. März. Das ist jetzt der nächste Samstag nach dieser Episode, ein Hörertreffen in Leipzig im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Alle Infos auf unserer Homepage und wir werden da gleich auch noch was am Ende der Sendung dazu sagen. Nur, dass jetzt schon mal alle wissen, dass es nochmal die Möglichkeit gibt, uns in Leipzig ganz kurzfristig zu treffen. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit der Sendung. Wir müssen nachher vor dem Thema der Woche aber glaube ich noch einen kurzen Hinweis setzen, was den Inhalt dieser heutigen Episode angeht. Aber machen wir erstmal mit der Story der Woche weiter. Genau. In der Story der Woche begeben wir uns diesmal auf einen Jahrmarkt oder in einen Vergnügungspark oder etwas ähnliches. Nur, dass das, was ich jetzt gleich schildern werde, nicht wirklich ein Vergnügen ist, denn es endet auf jeden Fall tödlich. Es existieren Pläne, um eine Achterbahn zu bauen, die garantiert einen tödlichen Ausgang hat. Das heißt, wenn man sie benutzt, wenn man damit fährt, ist man auf jeden Fall am Ende tot. Und das nicht, weil das Ding irgendwie klapprig gebaut ist, was man ja leider ab und zu mal befürchten muss und dann leider ein schrecklicher Unfall passiert, sondern die ganze Absicht, die dahinter steckt, ist, dass derjenige, der damit fährt, eben tatsächlich stirbt. Und zwar passiert das Ganze folgendermaßen. Man macht zuerst einen sehr, sehr hohen Anstieg mit seinem Achterbahnwagen durch, dann einen sehr tiefen Fall, sieben Loopings und nach dem siebten Looping spätestens ist man dann eben tot. Das soll tatsächlich im Rahmen der Sterbehilfe eingesetzt werden, das Ding, ne? Das ist so eine der Ideen. Ja, dann guckt man so mit dem Vergnügen nochmal, mit dem letzten Vergnügen ins Jenseits, ja. Ob an der Geschichte was dran ist, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Und es geht nicht weniger beängstigend weiter. Thema der Woche Ja, bei dem heutigen Thema der Woche, dem Slenderman, geben wir jetzt mal den Hinweis, zunächst mal für all diejenigen, die das heute Abend mit uns im Real Life ab 20 Uhr hören, wenn ihr Probleme mit Albträumen habt oder mit mysteriösen Geschichten und vor allen Dingen mit vielleicht furchterregenden Vorstellungen und Gedankenwelten, dann solltet ihr euch diese Folge nicht vor dem Einschlafen anhören und vielleicht auch nicht im Dunkeln hören. Was oft berichtet worden ist, ist vor allem, dass diese Geschichte, die Beschäftigung mit dem Slenderman, ja eine Art, wie soll ich es nennen, Regressionen auslöst. Also es hat ganz viele Leute gegeben, die dadurch erst draufgekommen sind, dass sie als Kind etwas erlebt haben, was mit dem Slenderman zu tun hatte. Das heißt, sie sind Zeugen geworden, vielleicht wie andere Kinder verschwunden sind. Wir werden da gleich noch genauer drauf eingehen. Und auch davor möchten wir warnen. Also wenn euch sowas passieren sollte, dann solltet ihr sofort Hilfe suchen. Genau. Und wie gesagt, lieber, wenn ihr damit ein Problem habt, die Folge nicht im Dunkeln hören, nicht alleine hören. Und wenn ihr die Folge hört habt, vielleicht auch nicht den Abend oder die Nacht alleine verbringen. Das ist nämlich ganz schön spooky, was wir euch heute herausgesucht haben. Aber so ist das nun mal. Mysteriöse Phänomene sind ja nun mal auch ein Teil von Huxilla. Ja, um was geht es genau? Es geht um eine mysteriöse, ich darf wieder nicht Sagengestalt sagen, sondern was ist es denn? Ein Phänomen? Ja, man weiß es halt nicht genau bis heute. Es ist schon irgendwie eine Sagengestalt, wobei man natürlich nicht weiß, wie viel von dieser Sagengestalt tatsächlich in der Realität verwurzelt ist. Auf jeden Fall ist der Slenderman eine Figur, die im 20. Jahrhundert wieder wesentlich häufiger auftaucht, aber deren Ursprünge und erste Schilderungen schon tausende von Jahren zurückreichen. Es handelt sich um eine Gestalt, die meist dargestellt und überliefert wird als sehr hochgewachsen, sehr schmal, schattenhaft, im 20. Jahrhundert oft mit einem Anzug bekleidet. Und das Besondere ist am Slenderman, dass es im Prinzip eine gesichtslose Figur ist. In vielen Augenzeugenberichten ist davon die Rede, dass man das Gesicht gar nicht richtig festmachen kann. Es sei, als hätte er irgendwie Stoff um den Kopf gewickelt oder als sei das Gesicht ständig in Bewegung, würde immer verschwimmen. Er hätte keine Augen, keine Nase, keinen Mund. Das heißt also, man könnte wirklich keine Gesichtszüge ausmachen. Das sind so neuere Schilderungen, aber wie gesagt, wir haben schon so erste Erscheinungen, zum Beispiel auf Höhlenmalereien. Da gibt es welche aus Brasilien, die überliefert sind. Da gibt es auch Bilder davon, die man sich anschauen kann. Und die reichen zurück ungefähr bis 9000 Jahre vor Christi Geburt sogar. Und da kann man eine Gestalt sehen, die dem Slenderman ähnlich ist und die in der Nähe von Kindern dargestellt ist. Also allen Beschreibungen gemein ist eine sehr große Erscheinung, also übergroß eigentlich, man würde es fast als Riese bezeichnen, sehr schlank. Und es ist, auch das müssen wir an der Stelle sagen, jetzt nicht so, dass es sich hierbei um ein, sagen wir mal, regional begrenztes Phänomen handelt. Es gibt also verschiedenste Quellen. Es gibt zum Beispiel den 4 Derb oder The Darkman in Schottland, so wird er genannt. In Holland gibt es den Tuckenman. Das ist der Zweigmann. Der Zweigmann oder Astmann. Wir haben noch eine Eigenschaft vergessen zu erwähnen, eben auf vielen Darstellungen und eben auch vor allen Dingen auf diesen alten Darstellungen ist zu sehen, dass seine Gliedmaßen etwas Tentakelhaftes haben. Das heißt, er hat nicht nur zwei Arme, sondern in der Regel vier oder mehr Arme, die wirklich so etwas wie, ja so eine Art Krake oder so etwas darstellen. Oder aber je nach Abbildung, gerade in den alten Abbildungen eher so etwas wie so Baumgeäst, so das vom Aussehen her, was ja, wenn man so schattenrissmäßig das sieht, nicht so immer gut zu unterscheiden ist von Tentakeln, ob es jetzt so geäst oder Tentakeln sind. Übrigens an der Stelle auch nochmal der Hinweis, auch in Deutschland gibt es diese Figur. Aus dem Schwarzwald vor allen Dingen. Genau, und zwar den großen Mann. Oder Großmann. Oder den Großmann, genau. Da gibt es auch eine Abbildung, da kann man gleich noch was zu sagen. Wir sind, du hast die brasilischen, da war es wieder, die brasilianischen Höhlenmalereien schon erwähnt. Zweite Quelle, wo er auch erwähnt wird, sind ägyptische Hieroglyphen. Auch da gibt es eine Abbildung, wo einige Leute sagen, das ist schon der Slenderman, so roundabout 3100 Jahre bevor Christi Geburt. Und da gab es sowas wie den König, den Dieb der Götter, so wurde er dort genannt. Und da sieht man also auch, dass er auch da wieder mit mehreren Oberarmen oder Gliedmaßen am oberen Körper gesehen ist. Also er wird, wie gesagt, oft als menschenähnlich beschrieben, aber dieses menschenähnliche, das muss nicht immer so die erste Geige spielen. Das heißt, manchmal ist er auch eher so krakenähnlich, eher tierähnlich. Das Lustige ist an dieser Geschichte mit dem, was heißt so lustig ist es wirklich nicht, aber mit der Darstellung im ägyptischen Grab, das kommt eigentlich nur bei einem Pharao vor und sonst nicht. Und man sagt, dass bei diesem Pharao gerade vielleicht sogar selber in seinem Leben dieser Slenderman eine Rolle gespielt hat, weil es dann nämlich eine Art Begegnung gegeben hat. Wir haben schon gerade angesprochen, dass auch im deutschen Sprachraum der Slenderman als der Großmann bekannt vorkommt. Und es gibt auch Holzschnitte, die ein derartiges Wesen zeigen. Und ganz berühmt dafür sind zwei Abbildungen von einem deutschen Holzschnitzer namens Hans Freckenberg, der so im mittleren 16. Jahrhundert zwei Holzschnitte gemacht hat. Die wurden im Halsbergschloss 1883 gefunden. Freckenberg selber ist unter mysteriösen Umständen verstorben und verschwunden. Und nachdem man einige Werke gemacht hat und die beiden Holzschnitzereien zeigen zu einem ein Bild, das der Ritter heißt, wo also ein Ritter von einem Wesen, was zu viele Gliedmaßen hat. Und das ist so ganz merkwürdig in der Abbildung, weil man es erst gar nicht sieht. Aber eine skeletthafte Figur ist es, aber... Die mit einer Lanze einen Ritter tötet und da sind viel zu viele Gliedmaßen bei dieser skelettartigen Figur. Und das Besondere von Freckenberg war, dass er für die damalige Zeit überraschend korrekte anatomische Menschen eigentlich immer abgebildet hat. Und das war damals ja nicht immer so, dass da schon drauf geachtet wurde. Und umso mehr befremdet eben diese skelettartige Figur, die diesen Ritter tötet. Zumal genau dieser Holzschnitt und der nächste, den du gleich erwähnen wirst, stechen unter seinen Werken absolut hervor. Er hat normalerweise eben die üblichen kirchlichen Darstellungen vorgenommen und die Kunst so gestaltet, wie man das eben zu der Zeit kannte. Und diese beiden Holzschnitte sind wirklich etwas Besonderes und geben auch Forschern heute noch Rätsel auf. Verschwunden ist ja 1543, um das auch noch zu benennen. Genau, der andere Holzschnitt, den du eben gerade meintest. Das ist nämlich dann auch auf den Großmann zurückzuführen. Das ist so eine Abbildung, da hat man auch eine Quelle gefunden, die dazu passt. Nämlich da wird der kleine Lars vom Großmann seiner Familie entrissen. Also quasi unter den Augen der Familie. Ja, auch da wieder eine skelettartige Gestalt, die mit viel zu vielen Gliedmaßen das Kind den Eltern tatsächlich entreißt. Wir werden euch dann eine Seite auch verlinken, wo ihr die Abbildung dann sehen könnt. Und das führt dazu, dass eben die ganze Familie da in große Verzweiflung gestürzt ist. Ja, also das sind die historischen Quellen. Aber wir erzählen euch das ja alles schon auch aus einem gewissen Grund, weil natürlich diese ganzen Sichtungen des Slenderman und die Berichte über ihn auch im 20. Jahrhundert dann ans Tageslicht traten. Und offensichtlich durch die verbesserte Nachrichtenpolitik, Videokameras, Fotoapparat und der besseren Aufzeichnung gibt es da so einige Sichtungen des Slendermans. Und wir würden euch gerne eine Geschichte zunächst mal schildern, die sich im Jahr 1953 in der Nähe des Ortes Tyranton, Polk County, mein Gott, abgespielt hat. Und zwar auf der Henderson Pferdefarm, so hieß das 1953. Und da ging es um eine sehr dramatische Geschichte, die den Inhaber und Vater der Familie Henderson, Ted Wilcox, beschiftigt. Die Familie Wilcox lebte seit Mitte des 18. Jahrhunderts dort. Und zu dem Zeitpunkt 1953, an dem diese Geschichte spielt, war Ted Wilcox 41 Jahre alt. Seine Frau war 36 Jahre alt, Judy Henderson und sie hatten eine gemeinsame Tochter namens Tracy, die sechs Jahre alt war. Und am 15. Juni 1953 haben sich die Nachbarn oder haben die Nachbarn die Polizei verständigt, weil sie vom Hof, vom Anwesen Schreie und Schüsse gehört haben. Und der damalige Sheriff Clint Dantelman und zwei weitere Deputies, Dan Parks und Chris Fine, sind gegen kurz nach halb neun dann morgens angekommen an der Farm und haben ein sehr gruseliges Bild vorgefunden, Nämlich, dass Pferde in der Scheune im Prinzip auseinandergerissen waren. Sie berichten im Original almost as if attacked by wild animals, also als ob sie von wilden Tieren angegriffen worden seien, diese Pferde auseinandergerissen worden seien. Im Haupthaus der Farm gab es frische Blutspuren in einem Wohnzimmer, in der Küche und im Flur. Und Ted Wilcox selber wurde gefunden im Schlafzimmer. Er hatte sich hinter umgeschmissenen Möbeln versteckt und neben ihm war seine Frau, die durch einen Shotgunschuss, also Schrotflintenschuss, in die Brust getötet worden ist. Ted Wilcox hatte die Waffe noch in der Hand und er war, ich zitiere hier dann auch nochmal, der Deputy Dan Parks, der am Ort des Geschehens war, er war völlig ausgeflippt, ganz entdrückter Ausdruck in seinen Augen und er schien gar nicht wahrzunehmen, dass wir mit ihm im Raum waren. Er war im Prinzip katatonisch. Genau, man hat ihn dann gefragt, wo seine Tochter ist, was passiert ist, er gab keine Antwort. Er wurde dann des Mordes an seiner Frau angeklagt, weil das war so offensichtlich, dass er sie erschossen hat, wurde dann aber ins Jenkins Mental Hospital in Sandy Plains, Polk Country überliefert, wo er dann im Prinzip über mehrere Jahre dort erstmal ja völlig katatonisch, das heißt völlig gelähmt und apathisch herumvegetiert hat. Und es ereignete sich dann, dass am dritten Jahrestag der schlimmen Ereignisse, also am 15. Juni 1956, er plötzlich anfing, sich wild zu gebaren. Man hat ihn dann in ein Untersuchungszimmer geführt und hat dann mit ihm gesprochen und er gab dann an, dass also etwas kam, was seine Tochter genommen hat. Ein Skinny Fella in einem Anzug, er hat mich angeguckt und seine Frau hätte immer geschrien, rette mich, rette mich, er nimmt mich mit. Und daraufhin hat er dann seine eigene Frau erschossen, hätte dann noch mehrfach auf diese dünne Gestalt, skinny Gestalt geschossen, während dieses Interviews, was auch aufgezeichnet worden ist, hat er dann aber begonnen, plötzlich sich ganz wild zu gebaren, hat dann seinen Kopf mehrfach auf den Stahltisch dieses Untersuchungszimmers geschlagen und wir werden euch mal an dieser Stelle, ich habe euch das jetzt ausführlich geschildert, weil das ist das, was wir euch jetzt einspielen. Ich wundere mich gerade, weil wir noch ein Einspieler haben. Es gibt ein Audiodokument dieser Situation, dieses Gesprächs mit Ted Wilcox, das spielen wir euch jetzt mal ein. Und für all diejenigen, die nicht Englisch können, es geht jetzt so ein Präsent primär darum, dann auch zu hören, wie Ted Wilcox sich da drei Jahre nach diesen Ereignissen äußert, das Welt, ihr kennt auch, wenn ihr kein Englisch spricht. Und dann spielen wir euch das jetzt erstmal ein. Und wie gesagt, das ist heute alles sehr, sehr, sehr gruselig, was wir euch erzählen. Aber gut, so ist das manchmal. Also machen wir jetzt erstmal den Einspieler. Okay, Ted, go ahead. Is it on? Am I safe? Yes, you're safe. Now tell me what happened that night. The horses, the horses acting up. Horses. Go on. But what out there? They're dead. All dead. The eyes. No. No eyes. What did you see? I ran inside. Got my gun. Tracy was crying. Judy was screaming. Ran to them. He had them. Was holding them. Who had them? Skinny fella. Suit. Just staring at me. Judy's screaming. Shoot me. Shoot me. Shoot me! Ted, calm down. Ted. Ted, it's okay. Just calm down. I'll be okay. You shot Judy? I saved her. Saved her. Did you shoot Tracy? No. They went after me. They went after me. Shoot them. Shoot them. I kept shooting. Tracy. Let Tracy go. Damn it, later, go! No! 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 Stay with me! Come on! Damn it! Someone get in here! I want her! It's the right time! Oh! 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 Ja, so ein erschütterndes Dokument, Audio-Dokument, was ihr da hört. Die Geschichte geht tatsächlich dann auch noch äußerst dramatisch weiter. Er wurde dann betäubt und fixiert in der Klinik und aber sieben Stunden später fand man ihn am 16. Juli tot in seinem Raum, in seinem Krankenzimmer in der Klinik und offensichtlich war es ihm gelungen, sich aus der Fixierung zu befreien. Und er hat dann, was ich äußerst gruselig finde, was aber auch gelingend nicht passiert mit seinen eigenen Zähnen, sich die Pulsadern aufgekaut, letztendlich aufgebissen und ist dann in seiner Zelle verblutet. Die Tochter ist nie wieder aufgetaucht und es gibt aber von der Farm, das werden wir euch dann auch bei uns im Forum verlinken, ein Foto, was die Farm zeigt und da sieht man eben genau auch wieder auf diesem Foto, was ungefähr eine Woche vor diesen ganzen Ereignissen geschossen worden ist, wie man hinterher festgestellt hat, als man sich das alles angeschaut hat. Ein Foto, wo eine in einem schwarzen Anzug gekleidete Person auf dem Gelände der Farm erscheint. In den 80er Jahren kam es dann zu weiteren Vorfällen, die, wenn auch nicht ganz so dramatisch wie das, was du gerade geschildert hast, denn auch schrecklich sind. Ja, wir haben ja gerade schon gehört, dass der Slenderman in diesem Fall, also der Henderson-Geschichte, ein Mädchen ja entführt hat, ein kleines Kind entführt hat und das scheint ja sozusagen sein Markenzeichen zu sein, auch in den 80er Jahren bei den sogenannten Stirling City-Fällen, bei denen eben auch Kinder verschwunden sind. Es gibt da ein Foto, das zeigt ein paar Kinder auf einem Spielplatz, im Vordergrund ein Mädchen, was gerade auf eine Rutsche hochsteigt und wenn man im Hintergrund genauer hinschaut, da sieht man einen Baum und daneben steht eben ein schattenhaftes Wesen in einer Gruppe von, ja durch einen Baumschatten ebenfalls etwas dunkleren Kindern. dieses Wesen sieht eben aus wie der typische Slenderman, hat ja tentakelhafte Gliedmaßen und ist einfach nur im Hintergrund zu sehen und man hat das Gefühl, es beobachtet die Kinder und stellt ihnen nach. Das Schreckliche an der Geschichte ist, dass kurz nach der Aufnahme dieses Fotos tatsächlich 14 Kinder verschwunden sind. In diesem Gebiet, in diesem Gebiet, in der ganzen Gegend. Man hat ein Kind später gefunden und dieses Kind war zwar tot, aber noch im Stadium der Verwesung, sodass man eben feststellen konnte, dass es noch einige Monate nach seinem Verschwinden eben weitergelebt hat. Genau, es war nicht verwes genug, als es die ganze Zeit sofort nach Verschwinden hätte tot sein müssen, sondern es war nicht so weit vorangeschritten. Es muss also nach, nachdem es entführt worden ist, noch mehrere Monate am Leben gewesen sein. Also, dass immer wieder Kinder verschwinden und man hinterher feststellt, dass im Vorfeld ja Aufnahmen entstanden sind, auf denen der Slenderman zu sehen sind, das zieht sich so durch das ganze 20. Jahrhundert. Weltweit, tatsächlich. Vielleicht noch an der Stelle, das Kind war furchtbar der Verdreht, also Contortion verdreht, also erschien, als ob alle Diebmaßen gebrochen gewesen sind und man hat also auch nie eine offizielle Todesart bekannt gegeben. Es gelangen immer mehr Video- und Fotodokumente an die Öffentlichkeit, die eben zeigen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Das liegt zum einen erstmal daran, dass wir natürlich eine Vielzahl von solchen Dokumenten eben selber anfertigen. Jeder macht ständig Fotos. Es gibt Leute, die haben ganze Videoprojekte, die dann fürchterlich schieflaufen, weil der Slenderman, ja, sie muss schon fast sagen, einholt wieder. Es gibt ein Vorkommnis, das ist eingegangen in die Slenderman-Geschichte als das Marble Hornets-Projekt. Das ist ein Filmprojekt eines Filmstudenten namens Alex Crailey. Der hat 2006 eben diesen, ja, Filmschul-Film angefangen, dieses Projekt angefangen mit ein paar Freunden. Er hat aber schon nach ein paar Monaten wieder aufgehört mit dem Film und hat gesagt, irgendwie die Arbeitsverhältnisse wären so, dass er nicht mehr weitermachen kann. Er ist dann auch erstmal abgetaucht und hat zu einem Freund namens Jay gesagt, der ihm auch so geholfen hat bei den Aufnahmen, hier nimm du den ganzen Scheiß, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und als dieser Jay dann nochmal nachgefragt hat, was er denn jetzt mit diesen vielen, vielen, vielen Bändern, die bereits entstanden waren, tun soll, hat er ihm nur gesagt, verbrenn sie einfach. Das hat Jay aber nicht getan. Er hat angefangen nach 2006 und vor allen Dingen dann 2009, diese ganzen Filmdokumente zu sichten. Er hat sich die Bänder angeguckt und hat festgestellt, dass schon während des Drehs, ja, Alex eine Persönlichkeitsveränderung durchgemacht hat. Also er ist total launisch geworden, hat die Leute auch mies behandelt, ist zunehmend paranoid geworden und hat neben dem, was er filmen wollte, weil es mit dem Projekt Marble Hornets zu tun hatte, immer mehr sich selber gefilmt. Also es war zum Schluss wohl so, dass fast 24 Stunden am Tag er irgendwie seine Handheld-Kamera bei sich hatte und sich selber gefilmt hat. So als hätte er Angst davor, irgendwie, ja, etwas, was ihm passieren könnte, zu verpassen. So nach dem Motto, ich will immer unter Beobachtung sein, damit mir nichts geschehen kann. Als würde er sich von irgendwas verfolgt fühlen. Und Jay ist dann immer mehr in diese Geschichte eingetaucht, hat versucht rauszufinden, was das denn war. Man sieht, wenn man sich diese Dokumente anguckt, die können wir auch verlinken, man kann die alle sich anschauen, dass ganz oft Verzerrungen und Tonstörungen auf den Videos auftauchen und man dann eben teilweise auch Hinweise auf eine solche Gestalt wie den Slenderman findet. Und Jay ist immer mehr in diese Geschichte mit hineingezogen worden. Also je mehr er versucht hat, die Wahrheit rauszufinden, desto schlimmer wurde das Ganze. Zum Schluss befand er sich eben selber auf der Flucht. Und noch heute, noch im März 2013, versucht er zusammen mit Freunden rauszufinden, was eben hinter dieser ganzen schrecklichen Geschichte steckt. Du hast dich da sehr intensiv befasst. Du hast ja viele, viele, viele dieser Videodokumente angeschaut. Das hatte ich nicht geschafft in der Vorbereitung der Sendung, aber du hattest mir das ja berichtet. Es gibt viele weitere Fälle, wo auch Tiere zum Teil verstümmelt worden sind. Mehrere Fälle, wo der Slenderman an Scheiben geklopft haben soll, wo dann zum Beispiel von einem Geschwisterpärchen, die eine Schwester dann auch verschwand plötzlich und die andere Schwester sagte, sie hat den großen Mann umarmt und der hat immer ins Fenster geklopft. Das Fenster war bei einem zweiten Stock weg und man konnte da weder eine Leiter noch sowas anderes finden, was da zugedient hätte, dass da jemand hätte klopfen können. Es hat 2009 in Alberta drei junge Studenten, Skifahrer gegeben, die verschwunden sind und man hat nur eine der drei Personen wiedergefunden, eine Amanda Fischer. Und zwar wurden ihre Überbleibste auch ebenfalls total deformiert und verbogen in einem Baum, oben in einem Baum gefunden in diesem Skigebiet. Die anderen beiden sind nicht wieder aufgetaucht. Also wir haben ja jetzt schon ganz viel darüber erzählt, wie lange der Slenderman schon auftaucht in Sagen und wir müssen befürchten auch in der Realität. Es gibt, was Marble Hornets angeht, noch eine ganz interessante Geschichte. Alex Craley scheint sich dann schon sehr stark mit dem Phänomen auch befasst zu haben, so als hätte er ihn gesehen und eben versucht herauszufinden, was das ist. Und er erzählt Jay in einem Video von einer Geschichte, dass in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, Verbrecher auf die Art und Weise hingerichtet wurden, dass sie an junge Bäume gebunden wurden und dann eben so lange dort gelassen wurden, bis die Bäume eben gewachsen sind. Und dadurch haben sich dann halt die Gliedmaßen irgendwie verändert und verlängert und wurden gebrochen. Und das kann natürlich ein Hinweis darauf sein, wie eben dieses Bild des Slenderman entstanden ist mit diesen überlangen Gliedmaßen, diesen Tentakelhaften. Auch gruselig. Nochmal eine Geschichte von der anderen Seite der Welt sozusagen aus Japan. Es gibt nämlich ein, ja, Guru, nee, Guru muss ich an der Stelle sagen, Autor. Ganz kurz dann auch so, Guru oder Ero-Guru ist eine Kunstform in Japan, wo es im Prinzip um erotische, abstruse Gewalt Sexgeschichten geht. Wir wissen alles, dass die Japaner durchaus sehr abgefahrene Stilrichtungen haben. Das ist so entstanden 1920, 1930, diese Stilrichtung des Guru. Da können wir auch gerne nochmal einen Link setzen. Da gibt es eine Wikipedia-Definition, wo man dann so ein bisschen überlegt darüber kriegt, worum es da geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt da einen Autor dieser Geschichten namens Go-Weiter, der während seiner Lebenszeit rund 230 solcher Geschichten verfasst hat. 40 Jahre hat er das getan und relativ zum Ende seiner Karriere hat er in einem Interview bekannt gegeben, dass eine Figur seiner Geschichten, die immer wieder auftrat, nämlich der Dämon im Anzug, the suited demon, der entführt, vergewaltigt und junge Mädchen dann im Wald ermordet, gar nicht seine Erfindung gewesen ist, sondern dass er quasi offensichtlich eine Begegnung mit dieser Figur hatte. Eben, das ist das, was er am Anfang meinte, also dass er angefangen hat, etwas, was ihm selber begegnet ist, dann in seiner Kunst zu verarbeiten. Und über 40 Jahre lang nicht davon wegkam von diesem Bild und er sagte, er hätte immer wieder versucht, was anderes zu machen, er sei immer wieder dahin gekommen. Und das Erstaunliche daran ist, dass weniger als eine Woche, nachdem er dieses Interview gegeben hat und das dann veröffentlicht worden ist, weiter sein Studio, in dem er über viele, viele Jahre gearbeitet hat, selber abgebrannt hat und dabei dann auch Selbstmord begangen hat in seinem Studio. Und viele Leute sagen, naja gut, okay, das war also, der ist mit seiner eigenen Kunst gescheitert und ist dann durchgedreht. Und naja, daran wird es gelegen haben, aber natürlich mit unserem Vorwissen, was wir recherchiert haben, könnte das natürlich auch noch einen anderen Zungenschlag bekommen. Und zum Abschluss noch ganz kurz, eine Sache für all diejenigen, die, ich habe die Serie nie geschaut, vielleicht müssen wir das nochmal irgendwann machen, nämlich Buffy, The Vampire Slayer. Und da gibt es also offensichtlich auch eine Folge, in der The Gentleman auftauchen. Das sind Figuren auch in schwarzen Anzügen, die schaffen, die Einwohner von Sunnydale, das ist ja die Stadt bei Buffy, ja, ihnen die Sprache zu stehlen und den Opfern dann der Stadt das Herz zu entfernen. Und das auch nochmal beim Slenderman, was oft berichtet wird, dass der Slenderman eben in der Lage ist, die Leute, denen er begegnet, die Kinder im Prinzip katatonisch zu machen, sodass sie sich nicht wehren und schreien können. Also das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Es hat, bevor ich das vergesse, einen irischen Forscher gegeben, der sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat, einen gewissen Cradwell. Und der hat eine Dokumentation über den Slenderman gedreht und er hat festgestellt, dass nicht nur Kinder eben dadurch betroffen sind, dass der Slenderman sie eben kidnappt, dass sie dann verschwinden, sondern auch Erwachsene leiden sehr unter Begegnung mit dem Slenderman. Es gibt sozusagen, ja, eine direkte Slendersickness. Dieser Begriff ist dadurch geprägt worden. Und die besteht eben darin, dass, ja, diese Erwachsenen, die auf den Slenderman treffen, und das kommt auch bei Marble Hornets immer wieder durch, Gedächtnisverlust erleiden, dass ihnen wirklich ganz, ganz lange Zeitperioden einfach verloren gehen, an die sie sich nicht erinnern können. Ihnen ist schlecht. Sie haben halt diese Persönlichkeitsveränderungen, von denen ich gesprochen habe. Und das ist dann die sogenannte Slendersickness. Das passt ja so ein bisschen zu dem auch, was dem Henderson ja scheinbar passiert ist in seiner Farm. Also insofern, das ist, ähm, hast du das auch gehört? Ja. Okay, wir hören jetzt an der Stelle auf, liebe Freunde. Bevor der jetzt bei uns zum Fenster reinschaut. Das Schöne ist ja beim Slenderman, wenn man ihn einmal gesehen hat, dann ist er auf einen aufmerksam. Das heißt, wenn man angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dann weiß er Bescheid. Und dann kommt er immer näher, bis er einen hat. Und ihr habt das alle gehört jetzt. Leute, also, der Slenderman. Ich finde diese Geschichte einfach fantastisch. Und wir können jetzt langsam mal erzählen, wann die wirklich entstanden ist. Das ist nämlich total genial. Das lässt sich auch zeitlich, ja, bis auf den Tag genau festmachen im Prinzip. Ja. Entstanden ist der komplette Slenderman Mythos. Am 8. Juni 2009 im Something Awful Forum im Internet. Genau, und zwar einfach durch einen Fotowettbewerb. Da sollten User, die da sich rumtreiben, paranormale Fotos posten. Egal wie, egal was, irgendwie Hauptsache schön gruselig. Und da hat ein gewisser Victor Surge gesagt, oh, dann bastle ich mal mit Photoshop so ein paar Bilder, die normalerweise keinen hinterm Ofen hervorlocken würden. Aber wenn ich dann noch eben diese dunkle, schattenhafte Gestalt mit Tentakelarmen hineinfüge, dann sollte das doch creepy genug sein. Und das Ganze hat sich also derartig schnell verselbstständigt. Also Victor Surge selber hat gesagt, er hat sich inspirieren lassen halt von Lovecraft, klar, die Tentakelarme, von Stephen King, The Fog und allen solchen Sachen, auch den Mothman so ein bisschen. Und hat dann natürlich auch so eine kleine Geschichte zum Foto erfunden. Hat dann halt gesagt, ja, und nach diesem Foto sind dann halt die Kinder verschwunden. Schreckliche Geschichte. Und innerhalb kürzester Zeit ist die Nachfrage so groß geworden, dass er mehr Fotos gemacht hat. Und dann ist das Ganze im Netz aber sowas von zu einem Renner geworden, dass alle möglichen Leute auf den Zug aufgesprungen sind und dann eben ihre eigene kleine Slenderman-Geschichte gemacht haben. Das Phänomen ist jetzt also dreieinhalb Jahre ungefähr alt. Aktuell kann man noch sehr, sehr gut nachhalten den Ursprung. Aber das Internet wächst ja in unfassbarer exponentieller Art und Weise. Und es gibt jetzt schon bereits Foren, Internetseiten, die nicht mehr ganz klar bekommen, dass der Slenderman pure Fiktion ist. Wo sich also dann darüber diskutiert wird, naja, und dann gibt es ja die Geschichte. Und natürlich, also die Seite mit diesem Henderson-Farm-Inzident und alles, das ist eine Internetseite, die geben dann am Ende tatsächlich auch an, dass das Ganze aus einem Forum stammt. Aber man liest sich das alles vorher durch. Und man ist also völlig konsterniert im ersten Moment, weil man denkt, mein Gott, was ist denn da dran? Schön ist ja auch, dass die wirklich eben diese ganze Hintergrundgeschichte erfunden haben. Dieses eine berühmte Holzschnittbild, was man da immer sieht von diesem Skelett, was den Ritter durchbohrt, ist nicht von einem Hans Freckenberg, der auf tragische Weise verschwunden ist und dann wurde das Bild irgendwie auf Burkhalsberg wiedergefunden, 1883, das ist alles erstunken und erlogen, sondern in Wirklichkeit ist dieser Holzschnitt von Hans Hohlbein und Teil der Reihe der Totentanz. Das sind 33 Holzschnitte, die eben genau das zeigen, den Tod in verschiedenen Situationen. Ganz beliebtes Thema eben zu der Zeit, also der Tod, der jederzeit überfallen kann, in der Mitte des Lebens, wie es immer so schön heißt. Und diese zusätzlichen Gliedmaßen, die sind dann eben, ja, das sind eigentlich so Oberschenkelschienen, die so ein bisschen hervorragen, da bei dieser skelettartigen Figur beim Tod. Und da hat man die dann halt mit Photoshop so ein bisschen verlängert und hat dann halt zusätzliche Beine draus gemacht. Ganz witzige Geschichte. Genauso wenig hat es natürlich den Pharao gegeben, der sowas in seinen Hieroglyphen hatte. Aber das zeigt, dass dieser Slenderman die Fantasie der Leute so anregt, dass eben, wie wir das übrigens bei Blair Witch Project ja auch gesehen haben, da eine komplette Sage oder eine ganze Sagenwelt sogar zugedichtet wird, inklusive gefakter Literatur und allem Zipp und Zapp. Und ihr merkt schon, dass das Internet da auch sehr gut aufeinander aufbaut. Und, ne, also dieses Audiodokument, dieses Herrn Wilcox oder Wilcox-Henderson, Ted Wilcox-Henderson, das ist natürlich alles ganz furchtbar und ganz schrecklich und baut alles super aufeinander auf. Und dieses Audiodokument, das fliegt bei YouTube rum, hat gar nichts erstmal mit der Internetseite, aus der ich das zitiert habe, zu tun. Es gibt, damit ihr das auch trennen könnt, das werden wir im Forum dann auch verlinken. Das macht natürlich Spaß, sich das jetzt, wenn man weiß, dass da nichts dran ist, sich das anzugucken. Es gibt das Marble Hornets-Projekt, was tatsächlich als virales Projekt? Ja, das ist eins von drei ARGs, die zu dem Thema entstanden sind. Also es gibt einmal Marble Hornets. Das hat, ja, ich glaube inzwischen 67,5 Videos, also von 2009 bis 2013. Und die heißen immer Entry. Man muss einfach mal bei YouTube irgendwie den Kanal von Marble Hornets abonnieren, dann hat man die alle. Das ist das eine. Dann gibt es noch ein ARG, das nennt sich... Sag nochmal gerade für alle, die die alten Form nicht gehört haben, was ein ARG ist. Also ARG ist ein Alternate Reality Game. Das ist im Prinzip wie ein Adventure oder Rollenspiel, was aber ja in unseren Alltag einfällt. Das heißt also, wenn ich das machen würde, würde ich das auch unter Umständen als, weiß ich nicht, Alexa spielen. Das würde damit beginnen, dass ich irgendwie merkwürdige Post tatsächlich im Briefkasten finde mit komischen Hinweisen, denen dann nachgehen würde. Und dann würde ich in meinem Alltag, in einer alternativen Realität eben dieses Adventure erleben. Das zweite ARG ist eben dieses Tribe-12-Ding. Das erzählt die Geschichte von einem relativ gut betuchten jungen Mann, irgendwie Noah Maxwell, der eben auch konfrontiert wird mit dieser Slenderman-Geschichte und dann immer mehr da reingerät, immer paranoider wird und das Ganze auch in Form von Videos dokumentiert. Und das letzte nennt sich Everyman-Hybrid-ARG. Und auch das hat den Slenderman als Motiv. Aber jeder fügt noch so ein bisschen hinzu, das ist ja das Schöne. Also jeder erweitert die Geschichte dann auch noch so ein bisschen. Es gibt auch einen ganzen Slenderman-Film. Den werden wir auch verlinken bei YouTube. Es gibt eine 30-Minute-Dokumentation über den Slenderman, wo sich jemand auf den Weg macht, das Rätsel des Slendermans aufzudecken. Und das Schöne ist ebenfalls, dass dieser irische Filmemacher, den gibt es wirklich, der heißt Christian J. Crabwell. Und der macht tatsächlich, also der hat sich auf Grafikdesign spezialisiert, auf Fotografie und macht eben auch Videoproduktion und Filmproduktion. Und der hat diese ganze Dokumentation, die echt so ein bisschen was vom Blair Witch Project hat gemacht, die ist eine halbe Stunde lang. Und hat die halt ins Netz gestellt. Ich finde die ziemlich gut gemacht eigentlich. Sehr lustig, ja. Hat sowas von Akte X. Und ihr merkt schon am Anfang, ich denke mal, dass die geneigten Hubsilla-Hörer die ganze Zeit gedacht haben, an der Geschichte kann ja nichts dran sein. Aber man ist geblendet, je mehr Details, je mehr Informationen, je mehr Fakten genannt werden. Und die Mühe, die in diese ganzen Geschichten hineinfließt, also diese Guru-Literatur, die es da gibt. Also was mich halt am Anfang wirklich stutzig gemacht hat, also mein Einstieg war die Dokumentation von dem Iren. Und danach dachte ich, Leute, ey, das kann doch nicht sein irgendwie, das meint ihr doch nicht ernst. Und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt irgendwie. Und das, was mich echt stutzig gemacht hat, auch war diese Geschichte mit der Großmann. Denn das, was ganz oft auffällt, ist, dass das eigentlich amerikanischen Ursprungs sein muss. Die aber versucht haben, irgendwie deutsche Begriffe zu finden, die irgendwie creepy, gruselig sind. Die sind dann aber nicht so hundertprozentig übersetzt. Und es gibt zum Beispiel ein Video, da müsst ihr mal googeln, My Grandfather Carl. Das ist eben auch Teil dieser Tribe-12-Geschichte. Da kommt er halt zu seinem Großvater. Und der ist irgendwie Deutscher, der spricht kein Englisch. Und erzählt dann eine halbe Stunde lang was auf Deutsch. Das klingt, für einen Amerikaner muss das fantastisch klingen, irgendwie, dass der da Deutsch spricht die ganze Zeit. Aber wenn du das als Deutscher hörst, dann denkst du natürlich, ja, okay, hier. Da sind schon so ein paar Fehler drin. Sie hat gerade das rechte Augen wieder umgezogen mit der Hand, damit ihr das auch seht, was sie gerade getan hat. Warum haben wir das trotzdem als rucksteller Thema gemacht? Das ist wieder mal eine Geschichte, die A natürlich mal schön gruselig ist. Die kann man sich gut anhören. Damit könnt ihr eure Freunde und Verwandte foppen. Und könnt sagen, hört euch das mal an. Zum anderen ist das wieder ein guter Beleg dafür, wie in der modernen Zeit jetzt eine Urban Legend auch wieder sich gerade kreiert. Und zwar gar nicht mehr in dem... Ja, schon fast eine Sagengestalt. Also ich möchte nicht wissen, was da in 50, 60 Jahren oder sowas wird. Genau, die ganze Kreation findet nicht im Real Life mehr statt, sondern findet tatsächlich dann in der Internetgesellschaft sozusagen zunächst mal statt. Und da geht es dann natürlich viel, viel schneller durch Videos, die hochgeladen werden, dass man da drauf hängen bleibt. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass man dann sich immer bemühen sollte, bei sowas vernünftig zu recherchieren. Oh, ich würde ja sowas auch so gerne mal machen. Das wäre echt total cool. Nochmal einen Hooks kreieren. Einen Hooks kreieren und dann einen Film draus machen. Ja. Wer möchte, dass wir das tun, kann uns noch mal so mehrere hunderttausend Euro gerne. Das ist ja das Problemmeisterarbeit. Obwohl nein, also es ist eigentlich eher das Zeitproblem, weil diese ganzen Filme, diese ganzen Sachen, die da entstanden sind, die ARGs, die sind wirklich natürlich mit kleinstem Budget ausgekommen. Also es gibt ein paar, die haben schon so einiges an Special Effects auch drin. Aber normalerweise ist das alles wirklich very low budget. Ja, das Slenderman-Film, den wir geguckt haben, hat aber ein Kickstarter-Budget von hunderttausend Dollar. Ja gut, das war der Film. Naja, doch, der war schon semiprofessionell, ja. Genau. Also insofern hoffen wir, dass ihr jetzt trotzdem aus dieser Folge gut schlafen könnt. Hoffentlich habt ihr bis zum Ende durchgehört. Und nicht vorher panisch ausgewacht, weil sonst haben wir gerade wieder ein paar neue Leute, die diese Geschichte verbreiten, kreiert. Aber gut, ich denke mal, dass ihr diese Geschichte... Macht ja trotzdem Spaß. Ich finde ja immer, das ist schön, auch wenn da nichts dran ist. Also es hat zumindest bei mir irgendwie so eine, sagen wir mal, halbe Stunde gedauert irgendwie, in der ich dann doch drauf reingefallen bin. Sehr schön. Dann kommen wir erstmal zur Auflösung der Story der Woche und haben natürlich wie immer noch ein paar Ankündigungen zu tun. Die Auflösung Ja, hat es die Pläne, um eine Achterbahn zu bauen, die garantiert tödlich ist, wenn man sie durchfährt, wirklich gegeben oder habe ich euch dann Bären aufgebunden? Das ist eine tatsächlich wahre Geschichte. Die Pläne zu dieser Achterbahn sind entworfen worden von einem gewissen Irrbonas. Das ist ein Student am Royal College of Art in London. Und das Design ist tatsächlich genau, wie ich es geschildert habe. Also wenn man diese Achterbahn, wenn sie gebaut würde und man würde sie fahren, dann käme zuerst ein steiler Anstieg auf 510 Meter. Und dann natürlich ein ebenso tiefer Fall. Und man würde auf 360 Stundenkilometer beschleunigen. Und in den Loopings zum Beispiel, wenn man sie dann durchfahren würde, diese sieben Loopings, würden dann 10G auf den Passagier einwirken für 60 Sekunden. Und das würde natürlich darin resultieren, dass man erst eben diesen sogenannten Tunnelblick entwickelt. Dann würde man das Bewusstsein verlieren und dann schließlich eben versterben. Einfach weil das Gehirn für längere Zeit unterversorgt ist mit Sauerstoff. Das heißt, man würde schlicht und ergreifend ersticken. Furchtbar. Ja, ganz schrecklich. Ein Gedankenmodell, was irgendwie sehr, sehr gruselig ist. Ja, das ist sehr, sehr gruselig. Das Ganze ist 2011 auch ausgestellt worden in Dublin. Und wir können nur hoffen, dass es beim Plan bleibt und dass man das nie baut. Genau. Ja, wir haben noch einige Ankündigungen, die wir euch geben können. Also wir haben schon gesagt, wir treffen uns mit unseren Hörern, wenn ihr das dann mögt, gerne in Leipzig jetzt zunächst mal am 16. März ab 20 Uhr und zwar im Friskali. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist in der Karl-Liebknecht-Straße. Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage. Und wir werden da natürlich wir beide sein und es wird auch Sebastian Bartschek dabei sein, weil Alexa mit dem Sebastian auf der Buchmesse geschäftlich unterwegs ist. Wer uns auf der Buchmesse erkennt, wird sicherlich die Gelegenheit zum Handshake haben. Aber wie gesagt, wir haben da so einige Dinge zu regeln, zu organisieren. Und das wäre dann doof, wenn wir da gerade von Termin zu Termin hetzen und euch dann irgendwie vertrösten müssten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen noch ein schönes Hörertreffen für all diejenigen, die in Leipzig sind, damit man noch ein paar Minuten Zeit zum Schnacken hat. Das ist also das Hörertreffen am 16. März. Dann Hörertreffen in Köln im Rahmen der Skeptiker-Konferenz. Wächst, blüht und gedeiht und wir können jetzt schon ankündigen, dass wir nochmal einen Location-Wechsel vornehmen werden. Wir werden, so wie sich das im Moment... Gegen Überfüllung geschlossen. Abzeichnet nicht die Leute, die sich anmelden und die wir so kalkulieren, mehr in einem Restaurant unterbringen können, indem wir das geplant haben. Das macht aber nichts. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns da natürlich außerordentlich drüber, dass ihr so zahlreich kommen mögt. Insofern, da werden wir gerade oder sind wir gerade dabei zu planen. Meldet euch ruhig weiter an. Das wird in jedem Fall stattfinden und wir werden auch eine schöne Location finden. Damit wir da gemeinsam mit euch Skeptizismus, 25 Jahre GWOP, 3 Jahre Huxilla und überhaupt uns und euch feiern können. Das wird also auch eine schöne Geschichte. Nach wie vor am 10. Mai. Vielleicht beim Schlagwort GWOP und Konferenz. Wir haben aus der Redaktion des Skeptikers eine Vorschau auf das aktuelle neue Heft bekommen, was jetzt gerade herausgeht. Und da ist ein ganz spannendes Thema oder zwei ganz spannende Themen, die man vielleicht mal nennen kann. Das eine ist der Veleda Hebammen-Workshop. Die Firma Veleda ist ja ein Vertrieb für anthroposophische Arzneimüll und bietet ganz dezidiert abgestellte Seminare und Lehrgänge für Hebammen an. Und da hat es eine Pharmaziestudentin gegeben, die undercover an einem solchen Workshop mal teilgenommen hat. Wir haben ja im Bekanntenkreis jetzt einige Eltern auch, oder ich habe im Skeptoskop mit Julia Offer auch darüber gesprochen, wer sich da vielleicht daran erinnert, dass gerade Schwangere ja auch Probleme haben, weil sie natürlich sehr schonend gesundheitlich umgehen wollen und da vielleicht etwas anfälliger sind für nicht evidenzbasierte Geschichten. Sicherlich ein ganz, ganz spannender Artikel und Claudia Garneis, die sich da also undercover eingeschmuggelt hat, wird auch auf der Skeptiker-Konferenz einen Vortrag zu diesem Thema halten. Also das verspricht sicherlich sehr, sehr interessant zu werden. Dann haben wir einen Artikel Mythen der Alltagspsychologie von Uwe Canning und anderen Psychologen. Uwe Canning, ein sehr bekannter Psychologe, wer mal Psychologie studiert hat, wird das kennen. Und da geht es um die Themen, reden Frauen tatsächlich mehr als Männer, kann man aus der Handschrift den Charakter von Personen herauslesen und wird in der Jugend immer rebelliert. Also ganz spannende Dinge, die man so als gegeben hinnimmt, da haben sich Psychologen mal mit beschäftigt. Und im Magazin-Teil gab es dann noch einen schönen Artikel zum Tummelplatz der Aliens und zwar im venezolanischen Canaima-Nationalpark. Ich hoffe, ich sage das richtig. Das ist offensichtlich eine Hochburg für Alien-Gläubige, die sich da immer versammeln und natürlich ganz, ganz, ganz viel anderes Zeug, was es im Skeptiker gibt. Und wenn man denn dann der Redaktion und dem Verein glauben darf, sollte das ja auch das erste Heft dann sein, was als Online-Medium erscheinen wird. Da bin ich auch noch gespannt, da habe ich noch keinen Link gekriegt, aber da bleibt man mit dran. Da werden wir euch darüber informieren, dass also ab 2013 der Skeptiker auch als E-Zeitschrift verfügbar sein wird. Und das ist sicherlich für die Huxeler-Hörer eine interessante Geschichte, dass das so sein wird. Und es wird, ich weiß nicht, ob wir das, das Problem ist, wir könnten euch jetzt sagen, was das weitere oder die weitere Sendung aus dem Huxeler-Universum ist. Das Problem ist, ich werde das heute sicherlich nicht mehr publizieren können, aber im Prinzip haben wir jetzt alle Bausteine beieinander, um das zu tun. Sollen wir schon sagen, was kommen wird? Ja, komm, sag doch. Es wird einen zweiten Podcast geben aus dem Huxeler-Universum, der Behind the Hoax. Der eine oder andere hat das vielleicht schon gesehen, dass ich das Cover aus Versehen veröffentlicht habe. Und Behind the Hoax wird ein Making-of, ein Behind-the-Scenes, eine kleine Homestory von Huxeler werden. Wir haben vor, dort nicht ganz so regelmäßig wie die Huxeler folgen, aber immer mal wieder in fünf bis zehn Minuten Abschnitten euch einen Blick hinter die Kulissen von Huxeler zu geben. Wie ist das, wenn wir unterwegs sind auf Recherche? Wie sehen die technischen Aspekte auf? Wie sind wir auf den Namen gekommen? Für all diejenigen, die noch nie beim Hörertreffen waren, was passiert bei einem Hörertreffen? Was fressen die Skeptik-Cats? Keine Ahnung. Also alle möglichen Dinge. Und an der Stelle, damit auch die Folgen ans Laufen kommen, deswegen macht es vielleicht auch Sinn, dass wir das ankündigen, schickt jetzt, wenn ihr ganz spezielle Fragen an uns habt, an unser Schaffen oder an unsere Person, diese an info-at-huxeler.com, an unsere bekannte E-Mail-Adresse. Und dann werden da demnächst einfach Behind-the-Hooks-Episoden draus entstehen und das wird einen eigenen Podcast-Feed geben. Das wird sozusagen unser Podcast-Tagebuch. Ja, so in der Richtung. So eine Art Produktionstagebuch mit einem Blick hinter die Kulissen. Das klingt jetzt vielleicht furchtbar selbstverliebt, aber wir haben sehr, sehr viele E-Mails, sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, sind sehr oft angesprochen worden und haben lange überlegt, was wir da tun, ob wir da Blogartikel schreiben. Und dann haben wir gesagt, was können wir gut, wir können reden und dann machen wir da einfach auch einen Podcast draus. Und das war jetzt die Idee für Behind-the-Hooks. Das Gewinnspiel für die Aluhüte ist vorbei. Wir haben einige Einsendungen bekommen. Wir werden darüber berichten. Wir sind ja mit Sebastian Bartoschek zusammen in Leipzig. Wir werden wahrscheinlich im Rahmen der Leipziger Buchmesse den Gewinner küren mit Sebastian zusammen. Das haben wir ja angekündigt, dass wir das gemeinsam abstimmen werden. Und dann ist es eben so, dass Sebastian demnächst die beste Aluhü-Bauanleitung verteilt. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die sich beteiligt haben. Es ist eine super Einsendung gekommen, total aufwendig, hervorragend gemacht. Und wir müssen uns überlegen, wie wir das denn entscheiden wollen. Das werden wir dann einfach mal gucken. Da werden wir euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass dieses Wochenende podcasttechnisch, glaube ich, das krasseste Wochenende war, was wir bisher hatten. Ich ja nicht so. Naja, du hast die Black Sweet Stories gemacht. Ich habe Schall und Rauch eine neue Episode mit dem Christian Bettnarek von der Hörsuppe gemacht. Über zwei Stunden. Wir haben gestern, wie ich finde, eine sehr schöne Folge Psychotalk gemacht zum Thema Bücher. An der Stelle, für alle, die das interessiert, die Folge beginnt in der ersten Stunde damit, dass wir eine Psychotherapeutin zu Gast bei uns in der Sendung hatten. Und sehr viele Fragen, die an uns herangetragen worden sind zum Thema Psychotherapie. Von wie finanziere ich das? Wie bekomme ich einen Psychotherapeuten? Was wird da genau gemacht? Wie stark sind Psychopharmaka? All das haben wir in der ersten Stunde des Psychotalks mal besprochen. Mal als Empfehlung, wen das interessiert, da mal reinzuhören beim Psychotalk. Und haben dann im hinteren Verlauf, das eigentlich Thema war Bücher, passend zur Leipziger Buchmesse, eine weitere Psychologin zu Gast gehabt, die ja gerade ihren im Prinzip zweiten, aber ersten eigenen Roman veröffentlicht hat und darüber auch spricht. Sicherlich eine ganz interessante Sendung. Und jetzt noch Huxilla veröffentlicht. Das heißt, heute oder dies Wochenende sind über unseren Produktionsrechner an die sechs Stunden Podcast produziert worden. Ja, damit lassen wir es dann auch sein Geld. Für diese Woche. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hoffen, dass wir euch in Leipzig oder in Köln demnächst persönlich treffen können. Hoffen, dass euch diese Folge gehörig gegruselt hatte, so wie wir uns das vorgestellt haben. Für mich hat sie gegruselt. Bei einem Video, da hatte ich fast irgendwie das Gerät fallen lassen. Kann ich bestätigen. Sie ist fast einen halben Meter hochgesprungen quasi. Marble Hornets war das, ne? Also auch diese Videos vielleicht nicht abends vorm Einschlafen gucken. Oder ihr guckt immer solche Videos abends vorm Einschlafen. Dann guckt sie auf jeden Fall abends vorm Einschlafen, damit ihr gut schlafen könnt. Und bis nächsten Sonntag, bis zur nächsten Episode von Huxilla wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und natürlich immer schön skriptisch bleiben. Tschüss. 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 Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback. An info.huxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Rekordtube-Production aus dem Jahre 2013. Ph outen. stay steak doet es nicht so großartig geben. boyfriend aud Details. Ho για ein paar günstens synthetische dann. Vielen Dank.